Gehts loooos? Wir sind der Tod! Das ist echt ne Biese Nummer. Das ist die Trolle. Dass der Trolltitan so viel Holz braucht. Wir sind der Tod! Die Schlacht ist nahe! Darf ich töten? Die andere Sache ist ja die. Wir brauchen auch noch Holz für... Pazza Malmo. Ja, gucken wir mal. Jetzt erstmal Nahrung sammeln. Und unsere Base verteilen. Zu Befehl! Oh ja, wir haben das Kita-Lager hier ausge... Ist das denn jetzt? Du bist bis zum Anfang gelaufen. Hm. Na komm, ihr helft beim Holzhacken ein bisschen. Wenn ich euch vier schon habe. Oh ne, halt! Ich brauche euch ja noch keine Sache. Oh gut, das Waffenlager... Die kosten alle nur Stein. Das Waffenlager kostet immer nur Stein. Und davon habe ich noch genug. Ja, das Gute an so einem riesigen Steinvorrat ist... Der Tod ist nur der Anfang! Feindlicher Angriff! Oh, da kommt der nächste Angriff. Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Zu euren Diensten! Ziehen wir mal die Armee etwas zurück... Darf ich töten! So, nächster Angriff... Was wünscht die Rune? Stehe bereit! Verstanden! Schließ die Reihen! Wird sofort ausgeführt! Für die Rune! Okay, das Holz hätten wir schon mal für die Zermalma. Ah, die Zermalma. Wie heißt ihr nochmal? Doch, Zermalma. Zerstörer waren ja die von den Zwergen mit den Rammen. Ja, das Abgräte hätte ich mir sparen können. Bitte fertig! Champions erhält Waffe, die bei Gegnern Amok auslösen kann. Vernichter erhält Waffe, die bei Gegnern Mana entziehen kann. Okay. Das sind... Champion und Vernichter? Ist es gewesen? Ja, Champion und Vernichter. Was denn? Verbesserung fertig! Ich meine, das Eisen dafür hätten wir ja. Zu allen Schlagen! Verstärkt die Deckung! Greift sie an! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Schließt die rein! So, wir brauchen noch ein bisschen Nahrung. Und ja, auch wenn die jetzt nicht viel zum Holz dazu beitragen können. Können sie wenigstens dazu beitragen. Und hier ist ja noch genug Holz im Augenblick. Und ja, der Titat der Trolle sieht aus wie ein Zyklop. Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Und ja, Trolle, werde ich hauptsächlich Steineinheiten dann auswählen. Ausbilden. Wahrscheinlich noch ein paar Schleuderer. Die Kitai sehen nämlich nicht so aus, als ob sie Eis haben können. Da kommt schon die nächste Welle. Oh, wir können den Troll-Zyklop ausbilden. Also ja, ich muss nur auf Verluste achten, dann sollte das alles kein Problem sein. Okay. Gut. Verluste bei den Dunkelhelfen kann ich relativ leid. konservieren meine aria und eisen habe ich mehr als genug wird ja auch hier genug abgebaut verstärkt die deckung so genug nahrung haben wir mittleres haupthaus upgraden und dann erstmal fünf schleudere und die zeit die die schleudere jetzt brauchen sollte auch nur weg da weg da ok der ist sehr interessant ein feindlicher angriff hau 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 weg da nach der erste schleudere schon ausgebildet und ja es dauert jetzt halt bisschen länger dadurch dass ich nur einen kollenschnitzer habe aber ist nur so da ist er schon Was wollt ihr? Alle größer als ich, wenn ich mich hier so drin umsehe. Du bist wirklich groß und nicht gerade hübsch, Kumpel. Oh, mehr Gitarre. Und schön, ich kann die Zermalma ausbilden. Was denn? Schließt die Reihen. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Halt, helft euch, Männer! Ich glaube aber fast schon, wenn die Werfer fertig sind. Also die nächsten beiden können wir schon mal das erste Lager hier direkt angreifen. Was nimmt dem Feind ein bisschen? Okay. Den Wind weg. Bei Dunkelhäfen sind sie ziemlich stark mit ihrem Angriffsdamage, muss ich sagen. Oh, nächster Angriff. Zu Befehl. Unverzüglich. Was? Wie? Ernsthaft? Ein Monument verliert seine Kraft. Ein Monument wird angegriffen. Schlagt sie zurück. Weißt du was? Da trickseln wir da mal. Sie besetzen ein Monument. Können wir nicht, weil wenn es angegriffen wird, nichts ausgebildet werden kann. Mist. Halte durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Sie besetzen ein Monument. Ein ehrloser Hinterhalt. Sie besetzen ein Monument. Ich glaube, diesmal komme ich zu spät. Vorsicht, Gegner! Gegner! Was immer sie tun wird, nichtgläubige. Hau, hau, hau. Ja. Darf ich töten? Mal wie aus!